Guten Abend meine Damen und Herren, ich möchte Sie zu unserer Veranstaltung begrüßen, wie sicher ist jüdisches Leben in Deutschland und ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Das führt mich zu meiner ersten These sozusagen für diesen Abend und zwar, Sie haben das sicher auch alle verfolgt, das Beispiel Friedenau, Sie kennen den Fall des Jungen, der die Schule verlassen musste. Wir haben auch an diesem Beispiel wieder gemerkt und konnten feststellen, dass antisemitische Zwischenfälle in Deutschland eine große mediale Aufmerksamkeit genießen. Es wird ausführlich berichtet über den Vorfall und es ist, wie gesagt, der Aufmerksamkeitsfaktor ist sehr hoch in diesem Fall. Außerdem, das ist mein zweiter Befund, gibt es Studien, die nachweisen, dass der sogenannte klassische Antisemitismus in Deutschland zurückgeht. Also das, was wir traditionell an antisemitischen Äußerungen kennen, ist rückläufig. Dennoch haben wir einen Widerspruch zu konstatieren. Es gibt sozusagen eine Art Wahrnehmungslücke. Es werden oft Straftaten nicht als antisemitisch eingestuft, die es sind und wir haben es auch mit anderen Erscheinungsformen des Antisemitismus mittlerweile zu tun. Darüber werden wir heute Abend ausführlich sprechen und der Antisemitismus wird im großen Ganzen von der nicht jüdischen Mehrheitsgesellschaft nicht als relevantes Problem wahrgenommen. Auch darüber werden wir sprechen. Darüber und wie Juden mit dem Antisemitismus in Deutschland umgehen, das wird das Thema heute Abend sein. Der aktuelle Anlass ist, wie Sie der Presse entnommen haben, die Studie, die jetzt veröffentlichte Studie des unabhängigen Expertenkreises, der vom Deutschen Bundestag 2013 eingesetzt wurde und der seine Arbeit jetzt beendet hat und die Studie übergeben hat. Ich möchte aber, bevor wir jetzt in die Diskussion einsteigen, unser Podium heute Abend vorstellen. Wir haben zu Gast hier heute Abend Volker Beck, den ich ganz herzlich begrüße. Bundestagsabgeordneter der Grünen seit 1994 im Deutschen Bundestag und er ist Migration- und religionspolitischer Sprecher und hat sich sehr für Menschenrechte, Bürgerrechte, für die Entschädigung von NS-Opfern eingesetzt und ein modernes Zuwanderungsgesetz mitgeholfen durchzusetzen und er ist Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Parlamentariergruppe. Herzlich willkommen. Dann komme ich zu unserem ersten Mitglied des Expertenkreises. Herzlich willkommen, Juliane Wetzel. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU hier. Sie ist Co-Koordinatorin des ersten Antisemitismusberichtes gewesen und auch diesen hat sie maßgeblich mitkoordiniert. Sie ist Mitglied der Delegation der International Holocaust Remembrance Alliance, Vorstandsmitglied des Wiesenthal-Instituts für Holocaust-Studien und Vorstandsmitglied der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Herzlich willkommen. Marina Czerniewski, auch herzlich willkommen. Sie hat auch mitgearbeitet an der Studie. Sie hat in Israel und Berlin Verhaltenswissenschaften, Psychologie und Psychotherapie studiert und sie leitet das Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland und arbeitet auch als Lehrbeauftragte. Herzlich willkommen. Ganz herzlich begrüßen will ich auch Michael Bodemann. Er ist emeritierter Professor für Soziologie. Wir haben uns schon öfter mal auf Podien gesehen, auch in Israel und er lehrt viele Jahre lang an der University of Toronto, ist seit 2012 emeritiert und lebt auch wieder in Berlin. Er hat sich sehr intensiv mit der Geschichte der Juden in Deutschland seit 1945 beschäftigt. Er ist unser jüngstes Mitglied, ja. Und er hat auch über Migration und Integration sehr intensiv gearbeitet. Herzlich willkommen, Michael. So, dann steigen wir in die Diskussion ein und meine erste Frage geht an Volker Beck. Es gab ja bereits einen ersten Antisemitismusbericht, den ebenfalls ein Expertenkreis erstellt hat. Der ist 2011 fertig geworden. Zwei Jahre später hat der Bundestag wieder eine Initiative ergriffen und einen zweiten Bericht angefordert. Was war die Dringlichkeit und warum jetzt in dieser Reihenfolge so schnell einen zweiten Bericht? Was hat die Politik dazu veranlasst und was erwartet die Politik von so einem Bericht? Für die Politik kann ich nicht sprechen, weil deren Regierungssprecher bin ich sozusagen nicht. Aber es gibt immerhin ein Bewusstsein im Deutschen Bundestag, dass der Antisemitismus ein dauerhaftes Problem unserer Gesellschaft ist, den man sich annehmen muss. Aber dann hören auch die Gemeinsamkeiten auch schon auf, weil aus dem ersten Bericht ist quasi nichts gefolgt. Also man muss sich auch nach dem Sinn fragen, dass man Experten mit viel Arbeit beauftragt, durchaus auch Geld investiert, um dann die Empfehlungen einfach abzuheften. Ich habe am Anfang dieser Wahlperiode und am Ende abgefragt, was denn aus den einzelnen Empfehlungen geworden ist. Und da kam raus, an manche zuständigen Stellen ist noch nicht mal der Bericht zugestellt worden, die die Umsetzung hätten machen müssen, insbesondere da, wo es um Institutionen der Länder auch geht. Der erste Bericht hatte einen starken Schwerpunkt im Bereich bei den Empfehlungen in der Bildungsarbeit, in der Jugendarbeit und so weiter, was man da machen soll. Und da mag manches in den Ländern passiert sein, die Bundesregierung weiß es nicht mal. Wenn es passiert, ist es unabhängig von dem Bericht passiert und auf jeden Fall ist es nicht systematisch als Aufgabe begriffen worden. Daraus hat ja auch der Bericht ein Stück weit Konsequenzen gezogen, indem er jetzt ein paar institutionelle Antworten darauf gibt, wie man dafür sorgen kann, dass Empfehlungen nicht Empfehlungen bleiben, sondern dass dann an dem Thema auch gearbeitet wird. Zum anderen gab es ein Bewusstsein dafür, dass wir, was auch letztendlich nicht geschlossen wurde durch den Berichten, Wissensdefizit haben bei dem Thema Antisemitismus unter Migranten in der muslimischen Community und dass wir da mehr wissen müssen, weil wir brauchen unterschiedliche Strategien für die unterschiedlichen Antisemitismen, die wir in der Gesellschaft haben. Und man muss einerseits vermeiden, dass das Reden über Antisemitismus immer zu einem Reden über den Antisemitismus der anderen wird. Wir sind ja alle keine Antisemiten, aber in dem anderen gesellschaftlichen Gruppe, in der anderen politischen Strömung sehen wir die Antisemiten ganz klar und darum sollte man sich auch mal kümmern, zumindest verurteilt man das rituell. Und wir müssen einfach gucken, dass wir akzeptieren erst mal als Mehrheitsgesellschaft, in die deutsche kulturelle Tradition ist Antisemitismus viel eingebettet. Und wir sind immer die Leute unheimlich, die sagen, sie seien keine Antisemiten. Denn denke ich immer, es ist was faul, weil ich weiß davon, dass ich Antisemitismus in meinem kulturellen Gepäck durch meine Erziehung mitbringe. Und dass bestimmte Worte, bestimmte Bilder bei mir etwas abrufbar machen. Und ich kann diesen Antisemitismus nur bändigen, indem ich ihn reflektiere und argumentativ zerlege. Und die Narrative des Antisemitismus sind aber je nach Herkunftsland und auch je nach religiösem oder atheistischem Kontext ganz unterschiedliche. Und das muss man verstehen, wenn man Gegennarrative, wenn man Aufklärung und Vorurteilsbekämpfung betreiben will. Und deshalb müssen wir uns die Sachen auch genauer anschauen. Und es ist schon eine Gratwanderung, weil es gibt ja gerade von AfD und Rechtspopulisten eine Instrumentalisierung des Themas Antisemitismus in der Migrationsgesellschaft. Und es muss uns gelingen, die Themen trotzdem zu adressieren. Es muss uns gelingen, das zu erforschen und unterschiedliche Aufklärungsmaßnahmen für die unterschiedlichen Bereiche in unserer Gesellschaft zu machen, dadurch, dass man das eine anpackt, das andere für weniger problematisch erklärt. Ich finde, du hast Friedenau angesprochen. Friedenau ist ein schönes Beispiel einerseits für Aufmerksamkeit und einerseits dafür, dass es eben erst Aufmerksamkeit gibt, wenn ein erster Journalist darüber geschrieben hat. Das war nicht der erste Vorfall an dieser Schule und nicht der erste Vorfall mit diesem Jungen, sondern der erste Vorfall, der in einer Zeitung stand. Davor hat die Schule über Monate geschlafen. Und jetzt ist die Reaktion darauf, wenn man nachfragt, dass die Schule das Opfer einer Pressekampagne ist, statt dass man sagt, ja, wir müssen das Problem adressieren und akzeptieren, dass wir da ein Problem haben und dass wir es auch haben, institutionell zumindest zu lange schleifen lassen, dass diese Dinge passieren konnten. Und es hat keinen Sinn jetzt zu sagen, wir machen ein Scherbengericht über die Schule, weil in dieser Schule ist es publik geworden. Das Problem müssen wir aber insgesamt annehmen und das wird noch nicht akzeptiert. Und ich erlebe es in der Berliner Politik hier, dass wenn man das anspricht, wenn man nachfragt, gibt es nicht nur die Reaktion, gut, dass sie nachfragen, gut, dass man sich darum kümmert, sondern nein, kann man das jetzt nicht mal in Ruhe lassen, kann man es nicht mal dabei belassen, die Schule hat es jetzt echt eh schwer. Die Perspektive, was ein solcher Vorfall als Botschaft an die Jüdinnen und Juden in dieser Stadt bedeutet, die kommt in diesen Überlegungen überhaupt nicht vor. Weil ich kann es deshalb ein bisschen besser verstehen, weil man sagt, na gut, sind einzelne Vorfälle, ist nicht so schlimm, sollen sich mal nicht so haben, sollen mal tapfer sein. Das erfahren Minderheiten immer und das kann ich als Minderheitenangehöriger deshalb auch ein bisschen verstehen. Ein einzelner Fall, den man vielleicht durchaus bewältigen kann, der war schon ziemlich heavy. Aber es ist eben für die Betroffenen oftmals eben nicht der einzige Fall in ihrem Leben. Auch der einzelne antisemitische oder homophobe Witz ist nicht die einzige antisemitische oder homophobe Handlung, die man an diesem Tag mitbekommen hat, sondern konstituiert ein Bild und prägt eine Lebensrealität, die einfach inakzeptabel ist. Und deshalb muss das ernster genommen werden von der Mehrheitsgesellschaft, auch wenn nicht jeden Tag irgendwie eine Gewalttat gegen Juden in der Presse verzeichnet wird. Trotzdem konstituiert es das Leben von Jüdinnen und Juden in einer Art und Weise, wie es einfach nicht akzeptabel ist in der demokratischen Gesellschaft. Vielen Dank, Volker. Ich glaube, gerade auf diese jüdische Perspektive und diesen Erfahrungsraum werden wir heute Abend noch zu sprechen kommen. Ich würde jetzt gerne Frau Wezel das Wort geben. Frau Wezel, wir hatten Sie im Vorgespräch ja vereinbart, dass Sie ein bisschen was über die Ergebnisse der Studie des Berichtes sagen. Ich habe heute bei der Durchsicht der Presse die Überschrift in der FAZ gelesen, Juden in Deutschland fühlen sich von Muslimen bedroht. Da werden sie mit folgendem Satz zitiert. In der Öffentlichkeit steht die Gruppe der Muslime als vermeintliche Hauptverursacher des Antisemitismus im Fokus. Mit der Flüchtlingswelle haben solche Zuschreibungen noch zugenommen. Frau Wezel, fühlen Sie sich richtig verstanden? Nein, aber das ist typisch. Die Überschriften waren zum Teil wirklich, also wir fordern einen Antisemitismusbericht. Ich weiß nicht mehr, welche Zeitung das war. Die Süddeutsche Zeitung hat behauptet, wir haben keine jüdischen Mitglieder im Expertenkreis. Also man fragt sich dann, ob die, das war der Thorsten Schmitz, es ist nun nicht gerade irgendein Redakteur, dass die nicht mitbekommen haben, dass es ja diese Auseinandersetzung um den Expertenkreis gegeben hat, weil am Anfang keine jüdischen Mitglieder im Expertenkreis waren und das ja dann behoben worden ist nach, weiß ich nicht, ein paar Wochen. Und wir ja dann zwei, Marina Sitz hier und Andreas Nachama, zwei Mitglieder im Expertenkreis haben, die genau nicht nur alleine natürlich die jüdische Perspektive, denn auch wir können dazu natürlich was sagen, aber hier ist es natürlich noch besser verankert, wiedergegeben haben. Also insofern ist das natürlich auch der falsche Fokus, der da widerspricht sich nämlich eigentlich, wenn man sagt, die Juden fühlen sich bedroht, das stimmt, die fühlen sich bedroht, zu Recht natürlich auch. Auf der anderen Seite ist eben dieses Bashing von Muslimen als die einzige Gruppe, die in diesem Land antisemitisch ist, auch für die Mehrheitsgesellschaft eine sehr willkommene Möglichkeit, sich nicht mit dem eigenen Antisemitismus auseinanderzusetzen, sondern eine Gruppe verantwortlich zu machen, die sowieso unter Diskriminierung leidet. Also und wir haben ja nun, glaube ich, in dem Bericht ziemlich ausführlich dargestellt, dass uns eben noch empirische Daten fehlen, um wirklich auch aussagekräftig zu sagen, wie verbreitet der Antisemitismus unter Migranten. Und da meinen wir jetzt nicht nur Muslime aus der türkischen oder arabischen, mit türkischer oder arabischer Herkunft, sondern wie sieht es denn mit den Russlanddeutschen aus? Es gibt eine Studie, da sind die Russlanddeutschen wesentlich antisemitischer als die türkischen Jugendlichen, die ist von 2010. Wie sieht es mit den Polen aus? Wir haben hier eine große Zuwanderergruppe aus Polen und Polen ist ja nun eines der Länder international, wo der Antisemitismus bei Einstellung am allerhöchsten ist. Also das ist viel komplexer und das nimmt natürlich die Presse leider eben immer nicht ganz wahr, obwohl ich sagen muss, sie hat besser als beim letzten Bericht, wo es ja immer nur darum ging, dass 20 Prozent der Deutschen antisemitisch sind. Das war sozusagen die Aussage schlechthin. Jetzt doch etwas differenzierter berichtet im Großen und Ganzen. Die Fernsehmedien waren da nicht so, aber die Printmedien waren da eigentlich, fand ich ganz gut. Ich sage jetzt gleich noch was ein bisschen über den Inhalt. Ich wollte nur einen Satz, Herr Beck, zu Ihnen sagen, dass aus dem ersten Bericht nichts gefolgt ist. Stimmt nicht ganz, weil das, ja, aber ich glaube schon ein wesentlicher Punkt für die Prävention durch die Erhöhung der finanziellen Mittel, die das Bundesministerium für Familie, Senioren, ich vergesse immer, wie es heißt, jedenfalls das Familienministerium bereitgestellt hat, sind ja Projekte, gerade zum Thema Antisemitismus, auch du Marina kannst da sicher noch was dazu sagen, wesentlich besser ausgestattet worden. Es sind immer noch Modellprojekte, aber sie haben jetzt eine Ausstattung für fünf Jahre, was auch sehr einen großen Unterschied macht. Also das ist schon sozusagen gefolgt, hat vielleicht auch mit der Person zu tun, die da im Bundesfamilienministerium jetzt einen großen, also viel macht. Aber also nur um es mal so ein bisschen, also es stimmt insgesamt natürlich, dass der Bericht, der erste Bericht leider irgendwo in die Schublade gewandert ist bei den meisten. Man muss man auch sagen, er ist genau zu dem Zeitpunkt rausgekommen, als die NSU-Geschichte bekannt wurde. Und das ist natürlich etwas gewesen, was in dem Moment auch tatsächlich, würde ich sagen, an Wichtigkeit einfach nochmal drüber stand. Und das war wirklich eine Koinzidenz. Wir haben im November den Bericht überreicht und im November 2011 war das mit der NSU. Ja, was ganz kurz zum Bericht, der hat 300 Seiten, der ist ziemlich dick und ist sehr klein geschrieben, nämlich wie die Bundestagsdrucksachen in der Regel erscheinen. Wir haben einige Schwerpunkte gesetzt. Eines ist die jüdische Perspektive, die im ersten Bericht zu kurz kam und ja wenig angesprochen war. Also wie geht es den Betroffenen mit solchen Vorfällen wie etwa in Friedenau. Wir haben uns auch insbesondere mit dem Internet und den sozialen Medien beschäftigt. Das ist ja nun das Terrain, wo heute gerade was Hassbotschaften betrifft, das meiste eigentlich abläuft. Wir haben die Ergebnisse des ersten Berichts aktualisiert, was Straftaten betrifft, was Einstellungen betrifft, haben festgestellt, dass die Einstellung eben zu klassischen, das hatten Sie ja schon erwähnt, klassischen antisemitischen Stereotypen etwas zurückgeht. Und auch der sekundäre Antisemitismus zurückgeht, leicht zurückgeht, hingegen die Israel bezogenen Items, Aussagen, wie die Umfrageleute sagen, eben immer noch bei über 40 oder bei 40 Prozent liegen, also doch sehr hoch. Und wir haben einen großen Schwerpunkt diesmal gelegt auf die Prävention. Dazu kann Marina mehr sagen, weil das eine Gruppe war innerhalb des Expertenkreises, die sich besonders der Prävention und der Projekte angenommen hat, auch Studien in Auftrag gegeben hat. Natürlich ist der Antisemitismus unter Menschen mit Migrationshintergrund ein Thema gewesen. Wir haben eine erste Annäherung an die Frage Antisemitismus bei Muslimen unternommen, indem wir eine Studie in Auftrag gegeben haben bei Imamen. Das ist nur eine ganz kleine Gruppe, die befragt worden ist, aber trotzdem, glaube ich, einen ersten Eindruck vermittelt, nämlich dazu, dass in den Gemeinden harte Stereotype Antisemitische nicht vorkommen oder wenig bis gar nicht vorkommen, aber der, und da kommen wir wieder in den Bereich Israel bezogener Antisemitismus, die Gleichsetzung zwischen dem Vorgehen der Israelis, also der israelischen Politik, aber so heißt dieses Item bei Umfragen auch, also dass die Israelis tun den Palästinensern das Gleiche an, wie die Deutschen den Juden angetan haben und das ist eben etwas, also diese Holocaust-Gleichsetzung ist durchaus in den Communities relativ verbreitet, aber wir fordern eben auch, dass man natürlich da weiterdenken muss und auch weiter Studien in Auftrag geben muss, die sich dem Thema noch auch in einer repräsentativen Form nähern, weil wir sonst immer nur mit diesen Zuschreibungen, die wir ja jetzt auch nach Friedenau wieder erlebt haben, im Dunkeln tappen, weil es eben einfach keine Daten dafür gibt zu sagen, es sind die Muslime und die Studien, die vorliegen, die wenigen betreffen immer nur Jugendliche, also wir haben keine Aussagen darüber, wie es bei den Erwachsenen ist. Gut, diese Imam-Studie gibt eben zumindest mal einen qualitativen Hinweis. Ja, nur jetzt so ganz kurz, wir kommen sicherlich im Laufe des Gesprächs noch auf ein paar Themen zu sprechen. Dann würde ich Frau Schenitzki fragen nach den Präventionen und würde sie auch bitten, auch diese jüdische Perspektive noch mal ein bisschen näher zu erläutern, wie die sich niedergeschlagen. Vielen Dank für die Einladung und für die Frage. Ich habe jetzt gleich eine Doppelaufgabe. Es waren ja sozusagen große Kapitel, auch wirklich sehr zentrale Kapitel. Sicherlich werden wir dem Thema so, wie hier erwartet, nicht gerecht, aber ich versuche, so die zentralen Thesen Ihnen vorzustellen. Ich habe nur einen kleinen Nachtrag, vielleicht in Form von Fragen zu all dem, was schon vorhin gesagt wurde. Ich habe dir zugehört und jetzt noch Review passieren lassen, was in der Presse steht und dachte, warum haben wir eigentlich so ein starkes Bedürfnis, dieses unbequeme, unbehageliche Thema einer bestimmten Gruppe zuzuordnen. Das ist ein starkes Bedürfnis, das nämlich auch bei mir war. Das ist so etwas Leitendes. Es wäre doch so einfach, wenn wir Affekte, Emotionen, Gedanken, Verhalten letztendlich einer bestimmten, klar umrissenen Täterngruppe zuordnen würden und dann hätten wir eigentlich uns gut überlegen können, Präventionsmaßnahmen zu entwickeln. Zum Beispiel für polnische, doch hast du gesagt, aus Polen, Zuwanderung, Einwanderung, Migration. Ich habe noch nie darüber was gelesen, dass es für polnische Einwanderer Präventionsprogramme gibt. Extra. Habe ich mir so überlegt, weil ich denke, wir sind so ein bisschen betriebsblind oftmals und handeln und denken innerhalb derselben Kategorien, die wir dann auch selber kritisieren. Das war so ein kleiner Nachtrag. Und noch ein anderer Nachtrag. Klassischer Antisemitismus geht zurück. Das ist die Frage, was wird gemessen und wie wird es gemessen, wie wird es erfasst, weil es im krassen Unterschied dazu steht und eine Wahrnehmungslüge offenbart, wie die jüdische Bevölkerung letztendlich diesen lästigen Antisemitismus wahrnimmt. Weil das sind eigentlich Welten, die quasi keine Brücke haben. Wenn wir dann die 20 Prozent nicht mal an allen Stellungen uns vorstellen und sagen, das ist das, das ist auch klar umrissen, das sind nur die 20 Prozent oder vielleicht sogar weniger. Super, wunderbar, weniger als 20. Und wir können sogar die klassischen Ressentiments sehr klar abgrenzen von den nicht-klassischen. Das ist auch eine Frage, die sich stellt, die wir uns auch gestellt haben. Können wir das überhaupt so klar voneinander, auseinander denken oder voneinander unterscheiden? Ja, das geht zurück. Aber wir haben damit allgegenwärtig zu tun in der oder anderen Form. Also von daher haben wir hier mit Konstrukten zu tun, die grundsätzlich überdacht werden müssen, wenn wir über Forschung, Daten, Statistik sprechen. Das wäre so mein Plädoyer, aber sicherlich nicht für heute. Ja, ich fange tatsächlich mit dem Kapitel jüdische Perspektiven an. Dem Thema haben wir uns angenommen. Hier sitzt noch eine andere Kollegin, Elke Gugulewski, die mitgedacht und mitgearbeitet hat am Präventionskapitel, aber sicherlich haben wir uns auch ausgetauscht, bezogen auf jüdische Perspektiven. Ich wollte auch korrigieren. Die Überschrift, sie ist eine andere. Es geht nicht um jüdische Perspektiven, sondern um Erfahrungsräume von Jüdinnen und Juden und ihre Perspektiven auf Antisemitismus, weil es nämlich keine jüdische Perspektive gibt aus meiner Sicht. Ich kann hier nicht eine Gemeinschaft vertreten oder eine Community. Ich kann nur mich selbst vertreten. Und sicherlich gibt es nicht die Gruppe, so wie es auch nicht die Muslime gibt, die den Antisemitismus so erlebt. Es sind unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Biografien, in unterschiedlichen Lebenskontexten. Sie erleben es eben unterschiedlich. Und dennoch kann man zumindest auch soziologischer sich sagen, es gibt phänomenale Gemeinsamkeiten. Dass Menschen, die meinetwegen in Jena oder in Cottbus oder in Frankfurt leben, mit bestimmten Mustern zu tun haben und wenn sie sich treffen, dann erzählen sie sich die Geschichten und sagen, ups, mir ist es auch passiert. Zum Beispiel, das wäre eine Gemeinsamkeit, dann sprechen wir von einem Phänomen. Und dieses Phänomen wird, glaube ich, in dieser Studie sehr gut abgebildet, auch wenn es erhebliche Unterschiede gibt. Das heißt, wenn wir jetzt über die Daten sprechen, bitte ich um Vorsicht, weil es hier noch nicht, zumindest mir jetzt nicht möglich ist, wirklich alle Ausrechnungen Ihnen zu präsentieren, weil es ja auch demografisch geschaut werden muss. Wenn man sagt, drei Prozent der Befragten haben körperliche Angriffe erlebt, drei Prozent von 553 ausgefüllten Online-Fragebögen, das sind drei Prozent. Acht Prozent von diesen Befragten haben körperliche Übergriffe erlebt bei nahestehenden Personen. Und die meisten, sozusagen Täterinnen und Täter, die sie identifiziert haben, die sie subjektiv benannt haben in einem Eintrag, in einem Online-Fragebogen, gehen auf muslimisch identifizierte Täter zurück. Aber was ich jetzt noch nicht sagen kann, ob diese drei Prozent das in Frankfurt sitzend beantwortet haben und das auch dort erlebt haben oder in Cottbus, weil nämlich meine Erfahrung in meiner langjährigen Praxis in den neuen Bundesländern ist, wo eigentlich gar keine Muslime gibt oder nur wenig oder unbedeutend, dass es dort auch einen gewalttätigen Antisemitismus gibt. Von in meine Richtung spucken am Bahnhof bis hin zu verbalen Beleidigungen und fast körperlichen Übergriffen auf Kollegen mit einer anderen Hautfarbe, die auch zufällig Juden sind und so weiter und so fort. Also wir müssen, ich glaube, es wäre mir ein Anliegen, wenn wir darüber sprechen, wirklich mit Vorsicht die Daten genießen. Nichtsdestotrotz ist es eine aus meiner Sicht paradigmatische Studie, die weiterhin vertieft werden muss. Viele Ergebnisse müssen aufgegriffen werden, weil es nämlich tatsächlich eine Frage ist, die wir uns ernsthaft stellen müssen. Wie ist es dazu gekommen, dass es in den letzten 30 Jahren keine grundlegende Studie darüber gibt oder Studien, die sich wiederholen oder irgendwie Fortschrittsberichten oder irgendwie Bemühungen, diese Perspektiven überhaupt zu erfassen? Die gibt es nicht. Wir haben uns bei der Vorbereitung, Aufbereitung der Daten damit beschäftigt, was gibt es eigentlich an Umfragen und Daten und tatsächlich gibt es sehr gute qualitative Befragungen, zum Teil aus Israel, zum Teil die in Deutschland durchgeführt wurden, die sehr viel Aufschluss darüber liefern, wie nimmt die jüdische Bevölkerung in Deutschland Deutschland wahr? Politik, Menschen, wie ist ihr Sicherheitsgefühl? Was sagen sie über ihre Zukunftsvision? Möchten sie auswandern? Und so weiter und so fort. Es gibt viele Fragen, die dort abgedeckt werden. Auch die Bewältigungsmechanismen und Bewältigungsmuster, die auch wichtig sind, werden abgefragt. Aber so eine quantitative Studie, die wirklich 500 Menschen erreicht und ihnen viele Fragen stellen kann, gab es nicht. Und das ist bezeichnend, weil es doch viele Umfragen gibt, die Einstellung messen. Und ich glaube, das ist wirklich ein Zeitpunkt, wo neben den Einstellungen, die gemessen werden müssen, auch die Einstellung der Betroffenen in den Blick genommen werden müssen. Das ist paradigmatisch, weil ich denke, es gibt ein Symptom, warum diese Studie, warum so eine Studie bis jetzt nicht gegeben hat, weil es nämlich irgendwie auch im Vergleich zum Umgang mit anderen Minderheiten und ihren Erfahrungen ähnliche Tendenzen gibt. Auch im Bereich Diskriminierung von Schwarzen gab es wenig Studien, die subjektive Erfahrungen von Menschen, die von Ausgrenzung, Diskriminierung betroffen sind, erfasst haben. Wir haben jetzt mit Studien zu tun, Antidiskriminierungsstelle des Bundes beispielsweise, die wirklich neu sind. Plötzlich kommt so eine Studie, groß angelegt, wo es um subjektive Erfahrungen wie Diskriminierung geht. Und die ist wirklich neu und davor gab es wenig oder kaum was. Also von daher, es steht in der Tradition, hier auch in der Forschung, dass die Perspektive der Betroffenen eigentlich kaum bis gar keine Rolle spielt und dass wir uns eher auf die Täterinnen und Täter fokussieren. Ich will das jetzt nicht ausweiten, aber es ist eine Diskussion für sich. Die Studie ist aufgeteilt in quantitative, qualitative Befragung. Die qualitativen Befragungen geben Aufschluss darüber oder Einblick, wie es Menschen wirklich geht und was sie denken, was sie fühlen, wie sie bewältigen. Ihr Umgang wird dadurch sichtbar und sichtbar wird es auch, dass sie sich darüber wundern, dass man sie eigentlich fragt. Es geht hier nicht um Funktionäre oder Menschen in jüdischen Institutionen, es geht um ganz normale Menschen, Studenten, Jugendliche, Erwachsene. Genau. Das habe ich mit den... Genau, das ist die Studie in der Studie. Der Expertenkreis hat sich Gedanken darüber gemacht, wie kommen wir an die Daten, wie kommen wir an diese Perspektiven und hat das Institut in Bielefeld für Gewalt- und Konfliktforschung damit beauftragt, diese Studie durchzuführen. Es gab ein Team, bestehend aus jüdisch und jüdischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Kooperation und einer sehr engen Zusammenarbeit mit mir und Beate Küpper, ist ein Fragebogen entstanden, der dann auch durch eine kleine Gruppe, Fokusgruppe validiert wurde und dementsprechend nach dieser Validierung veröffentlicht wurde. Wir haben gebeten, diesem Fragebogen nachzugehen und innerhalb von drei Wochen hatten wir, glaube ich, über 600 Einträge, was erstaunlich hoch ist. Wir haben uns eher Sorgen gemacht, dass wir in der engen Zeit, die wir zur Verfügung hatten, dass wir keine Daten sammeln können. Aber ich glaube, hätten wir länger diesen Fragebogen stehen lassen, hätten wir noch mehr Einträge bekommen. Ausgewertet wurden 553 Fragebögen. Genau. Und diese qualitative Befragung, das war eine Studie in einer Studie, das war wie ein zweiter Teil dieser Studie, um nochmal tiefer gehender und tiefer mit den Perspektiven von Menschen oder an die Perspektiven von Menschen zu kommen. Und darüber hinaus wurden auch Expertinnen und Experten oder Funktionäre oder wie auch immer man uns benennen kann, sozusagen Menschen aus jüdischen Institutionen befragt. Und auch sie haben sehr viele Einblicke gegeben, wie ihre Institution, wie ihre Bewältigungsformen, Umgangsformen aussehen. Im Ergebnis haben wir tatsächlich mit einer Wahrnehmungsdiskrepanz zu tun oder einer Perspektivendivergenz, wie wir das in unserem Kapitel benannt haben. Während die deutsche Gesellschaft, und ich sage jetzt ganz explizit die deutsche Gesellschaft, dazu gehören viele Gruppen und viele Individuen, sich schwer tut, den Antisemitismus anzuerkennen als ein Bestandteil der Wirklichkeit. Wir haben auch Daten, ich glaube, die Bertelsmann Stiftung hat eine Studie gemacht, 2013. Ich glaube, über 70 Prozent haben nicht... Nein, das ist eine andere, die ich meine. 2013, glaube ich, war die Studie, die jetzt erstmal die... Also nicht die Fra-Studie, sondern die andere Studie, die... Irgendeine Studie, aber auf jeden Fall waren das über 70 Prozent, die gesagt haben, Nö, Antisemitismus ist kein relevantes Thema für uns. Und die Hälfte davon hat dann auch Daten geliefert, Einschätzungen geliefert und mich kotzt das an, wenn das Thema sozusagen besprochen wird. Gleichzeitig berichten 76 Prozent der jüdischen Befragten, dass Antisemitismus für sie ein großes Thema ist. Das ist lebensprägend, alltagsprägend, relevant in allen Zusammenhängen ihres öffentlichen und ihres privaten Lebens. Und sie halten aber auch, genauso, ich glaube, 70 Prozent halten auch Rassismus für ein sehr großes Problem. Oder auch andere Themen. Wir haben auch abgefragt, nicht nur Antisemitismus stand für sie wirklich ganz vorn, sondern auch andere gesellschaftliche Fragestellungen und Probleme wurden bewertet. Ein sehr hoher Prozentsatz hat angegeben, Opfer verbaler Attacken gewesen zu sein in den letzten zwölf Monaten. Und ich glaube, über 70 Prozent haben angegeben, in den letzten zwölf Monaten mindestens einmal in der Woche versteckte Andeutungen mitbekommen zu haben. Ein weiterer Item oder eine weitere Frage, die mich sehr bewegt hat, wie belastend beispielsweise sind diese Erfahrungen für sie? Über die Hälfte bewertet dieses Erleben als sehr belastend. Aber es gibt natürlich auch viele Strategien, die Menschen sich aneignen, damit umzugehen. Das heißt, wir müssen sie nicht immer als Betroffene benennen oder Opfer, sondern Menschen setzen sich damit auch aktiv auseinander. Und dennoch war das auffällig, dass nur die wenigen sich überlegt haben, mit anderen Personen darüber zu sprechen, beziehungsweise sich an die entsprechenden Beratungsstellen zu wenden, auch dann nicht, wenn sie Opfer oder Betroffene körperlicher Auseinandersetzung gewesen waren oder geworden sind. Das hat uns sehr nachdenklich gemacht. Daraufhin haben wir eine Beratungsstelle eingerichtet oder werden einrichten. Es gibt sehr viele Ergebnisse. Diese Studie ist nicht präsentierbar innerhalb von fünf Minuten. Dazu bräuchten wir mehr Zeit. Aber vielleicht haben Sie einen kurzen Einblick bekommen, worum es uns eigentlich ging. Nochmal wichtig ist mir zu sagen, es geht um subjektive Perspektiven. Es geht nicht um Statistik. Es gibt keine objektiven Daten. Aber diese subjektiven Wahrnehmungen sind wichtig. In Anbetracht dessen, dass es oft suggeriert wird oder gar unterstellt, übertreiben Sie nicht, seien Sie nicht so sensibel. Mehr oder weniger offen ist der Vorwurf im Raum. Naja, vielleicht aufgrund Ihrer Geschichte oder aufgrund Ihrer Erfahrung sind Sie ein bisschen übermäßig, überempfindlich. All das gehört auch dazu. Ja, Prävention bin ich gar nicht gekommen. Ja, genau. Wir kommen dann. Also ich glaube, eines der Verdienste dieses Berichts ist wirklich, dass es belastbare Zahlen gibt für Bereiche, die bisher noch nicht so weit untersucht waren. Ich wollte jetzt aber nochmal, also mich hat ehrlich gesagt bei der ersten Begegnung mit diesem Bericht etwas erstaunt, dass betont wurde, dass hier eigentlich zum ersten Mal dieser Erfahrungsraum überhaupt aufgerufen worden ist. Und das ist meine Frage jetzt auch an dich, Michael. Also wir haben diese Debatte über Antisemitismus, die begleitet uns ja schon seit Jahrzehnten eigentlich. Und ich finde es eigentlich wirklich erstaunlich, dass die Minderheit, die dieses Thema am meisten berührt oder berühren sollte, dass man jetzt erst auf die Idee kommt, diese Perspektive einzubeziehen. Frau Schenewski hat den Täterfokus der deutschen Auseinandersetzung mit diesem Thema benannt. Und meine Frage an dich, ist das eine spezifische deutsche Perspektive? Und was sagt die uns über unser Verhältnis zu diesem ganzen Thema? Die einzige andere Erfahrungswelt, die ich habe, ist eben Kanada und Toronto, wo ich für die meiste Zeit meines Lebens gewohnt habe. Und die Situation tatsächlich ist dort eine ganz andere. Das Letzte, was Sie vielleicht gehört haben, ist, dass in Ottawa der Prime Minister Trudor einen Seder veranstaltet hat mit Mitarbeitern in der Regierung. Und es kam natürlich groß raus, eine neue Sache, die man wahrscheinlich in Deutschland nicht so unbedingt immer finden würde, nehme ich an. Also das Bild erstmal einer angekommenen Minorität der Juden und zweitens eben die Akzeptanz in den höchsten Gremien, Toleranz und so weiter, die dann da präsentiert wird. Jetzt, das ist ein ganz anderes Bild als das Bild um 1940, als Juden nicht erlaubt war, auf Parkbänken zu sitzen. Jews and dogs not allowed. Und die Diskriminierung natürlich sehr stark war, was zu einer Versäulung der Minorität, nicht nur der jüdischen, auch anderer Einwanderergruppen, sich dann in dieser Richtung entwickelt hat. Aber das war dann, und im Grunde haben die jüdischen Organisationen diesen Antisemitismus eben in einer linken Rhetorik umgeleitet und das so verstanden, dass es gegen die Arbeiter ging und nicht gegen die Juden. Nach 1945 hat sich das dann natürlich sehr drastisch gewandelt, sehr bald, und die Strategie der jüdischen Gemeinschaft in Toronto, in Kanada insgesamt, war die antisemitische Vorfälle im Grunde zu verstecken. Also große Swastika, ein Holy Blossom Synagogue, da würden Sie nichts in der Zeitung darüber finden, weil die Idee war, es gibt ein Nachahmer und so weiter, dann wird es nur noch schlimmer und drastischer. Im Gegensatz zu hier, wo natürlich die Swastika, was immer passiert ist, an antisemitischen Aktivitäten, die relativ stark, zumindest die krasseren, ziemlich stark in der Presse vorkommen, damals diese Schweinsköpfe und so weiter, die im Brückengelände waren und so weiter, unter anderem. Also in der Richtung ist da ein großer Unterschied, der da ist. Der andere Unterschied, und ich kann hier zunächst mal ein paar Unterschiede nennen, der andere Unterschied ist der, dass im Gegensatz zu, was ich hier sehe, von den offiziellen jüdischen Organisationen, dass im Gegensatz dazu die jüdische Gemeinschaft in Kanada, zum Beispiel gerade in Toronto, wo ich das kenne, eine recht erstaunlich enge Zusammenarbeit ist zwischen den muslimischen Gemeinschaften und den jüdischen, vor allem natürlich jeweils im liberalen Spektrum, sowohl muslimisch als auch jüdisch. Aber insgesamt, es ist da und es ist sehr sichtbar da und diese Angstkampagne, die es zum Teil hier gab gegen die Flüchtlinge von jüdischerseits, ein Teil von jüdischen Organisationen, die gibt es im Grunde in diesem Sinn natürlich nicht in Kanada. Ja, trotzdem natürlich, der Antisemitismus ist eindeutig da, dass natürlich der ganze Sozialneid kommt dann raus, dass eben die Juden sehr erfolgreich waren, dass sie innerhalb von zwei Generationen eben eine enorme Struktur aufgebaut haben. Also zum Beispiel, ein Beispiel zu nennen, die ganzen Sozialeinrichtungen, die die jüdische Gemeinschaft in Toronto hat, die jüdische Gemeinschaft in Toronto sind ca. 250.000 Personen, die werden alljährlich mit über 50 Millionen finanziert und wer bringt diese 50 Millionen auf, diese 200.000 Juden, die es da gibt in Toronto. Das ist natürlich erstaunlich, dass jedes Jahr 50 Millionen, von kleinen Beiträgen von 25 Dollar bis zu einer Million von den großen Familien werden gespendet und unterhalten diese ganzen Organisationen, Krankenhäuser und Altersheime und so weiter. Das ist natürlich hier undenkbar und gerade auch die Tatsache der Masse der großen Zahl von Juden in einer Stadt im Vergleich zum Beispiel zu Berlin oder anderen Orts macht natürlich einen großen Unterschied aus. Gerade ihr Standing hier und die vorgestellte Macht, die sie haben und so weiter, bringt natürlich auch eine ganz andere Haltung rüber, als wenn ein einzelner Schüler in der Klasse irgendwo sitzt und dann gepiesackt wird und verfolgt wird von seinen Mitschülern. Ja, was ich noch sagen wollte ist, also dieser Antisemitismus ist stark da. Die Reihenfolge ist ungefähr so. Antisemitismus ist an oberster Stelle, gefolgt von Homophobie und drittens dann Islamophobie, das ist in dieser Richtung bei uns in Kanala. Dann wollte ich noch eine andere Sache sagen. Ja, die Sprache von, wir haben darüber gesprochen über antisemitische Einstellungen, da kam mir nur noch in den Sinn, auch genau wie das natürlich im Kontext aktualisiert wird und wie das im Kontext ausgesprochen wird. Zum Beispiel, es gab ja einige Studien zu Juden in der DDR, zu Zeiten der DDR und da war es eben, Antifaschismus war ganz wichtig und Antisemitismus gab es im Grunde nicht und so weiter. Und dann dieselben Personen, die dann ein paar Jahre später interviewt wurden, die haben dann plötzlich, also jüdische Personen natürlich, haben dann plötzlich gefunden, dass da schrecklich Antisemitismus existiert hat. Mit anderen Worten, dieser Kontext, der unterschiedliche Kontext spielt natürlich eine ganz eigentlich eine große Rolle und deshalb ist es immer auch ein Problem, wie die Fragen und die Resultate, die aus den Befragungen kommen, in welchem Kontext die erfragt werden, muss man auf jeden Fall sehen. Schließlich noch eine kleine Sache, die ich einfach sagen wollte, hier ist, wir haben das Wort Antisemitismus, das heute ja zusammengeschrieben wird und früher ja Antistrich-Semitismus war und das war natürlich Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, auch in einer Zeit, in der man von den Orientalen und dem orientalischen Milieu sprach, wenn man tatsächlich über Juden gesprochen hat, über Juden gedacht hat und ich glaube, dass das Wichtige dabei ist, dass tatsächlich Juden als Orientalen, zusammen mit Arabischen und so weiter, Leuten quasi in einen Pott auch geworfen wurden, die wurden zusammen identifiziert als solche und ich glaube, da müssen wir wieder zurück zu diesem Ursprung dieser Begrifflichkeit, dass nämlich dieser Begriff wichtig ist, weil er nämlich andere Gruppen einschließt, abgesehen von den Juden selber. Danke. Ja, ich würde gerne dazu was sagen. Herr Bodemann, ich glaube, Sie sprechen hier von dem Hyphen, also von dem Bindestrich und das betrifft die englische Sprache. Im Deutschen ist der Begriff nie mit Bindestrich geschrieben worden und es hat auch nichts mit Semiten zu tun, also mit der Sprachfamilie der Semiten, mit einem philologischen Begriff, weil es ausschließlich einzig und allein um Judenfeindschaft geht mit diesem Begriff und das ist, glaube ich, einfach wichtig zu betonen, gerade vor dem Hintergrund, dass ich das oft höre aus arabischen Communities, dass sie sagen, wir können ja nicht antisemitisch sein, weil wir Semiten sind und das ist insofern, ehrlich gesagt, wirklich ein Unsinn, dass sie das nicht sagen können, weil es nur Judenfeindschaft betrifft und mit Semitismus, also mit dem philologischen Begriff, gar nichts zu tun hat und dieser Hyphen, dieser Bindestrich ist eben teilweise in der englischsprachigen Welt. Heute haben wir aber ein Problem, wenn wir Englisch schreiben, dass Microsoft automatisch den Bindestrich setzt. Also wenn sie einen Text schreiben und sie schreiben Anti-Semitism, haben sie automatisch den Bindestrich drin. Und deshalb haben wir in der International Holocaust Remembrance Alliance jetzt mit Microsoft Kontakt aufgenommen, dass die den Automatismus ausschließen. Nein, wir haben nur, wir versuchen nur, dass der Automatismus einfach rausgeht. Und ich meine, das ist lächerlich, aber es ist wirklich, selbst uns, die wir ja nun viel damit immer wieder aufpassen, zusammenzuschreiben, macht er das automatisch und wie oft geht es dann, dass es bleibt. Das wollte, aber zu dem Begriff Antisemitismus, glaube ich, ist einfach nochmal wichtig, dass man diesen Hyphen nicht sieht. Warum diese Wortwahl, die damals stattgefunden hat, ob das jetzt mit oder ohne Bindestrich ist. Aber dazu kommt ja den Kontext, den ich jetzt versucht habe zu zeigen, nämlich den, das Orientalische, das Orientalismus. Und eindeutig waren die Juden unter dieser Rubrik, ich kenne das zumindest von der klassischen deutschen Soziologie. Ich habe einen sehr interessanten Begriff bei Ihnen, Frau Czerniewski, gefunden, nämlich den Begriff des Fremdmachens. Und ich glaube, das ist etwas, worauf, was das umfasst, also diese Identifikation mit dem Anderen. Und das fand ich einen ziemlich treffenden Begriff. Also natürlich steckt in diesem orientalischen Zuschreibung, steckt ja dieses Fremdmachen mit drin, aber die Judenfeindschaft oder Antisemitismus als Judenfeindschaft ist eben ein ganz spezifischer Topos, mit ganz spezifischen Narrativen. Und die sind nicht inklusiv. Also man muss Islamophobie auch bekämpfen oder antimuslimischen Rassismus und Homophobie auch, aber man kann das jetzt nicht alles unter einem inklusiven Begriff von Antisemitismus alles vermatschen. Das ist wie bei der Diskussion, die wir in Deutschland haben, mit Rassismus und Antisemitismus, wo viele Initiativen meinen, wenn wir was gegen Rassismus machen, dann haben wir automatisch auch was gegen Antisemitismus gemacht. Ja, es gibt rassistische Vorstellungen von Antisemitismus, es gibt anti-judaistische Vorstellungen von Antisemitismus und es gibt so Weltverschwörungstheorien, wo man gar nicht weiß, was haben die Leute eigentlich eine Vorstellung, wie das zusammenhängt, aber es steckt irgendwo am Ende der Geschichte immer ein Jude dahinter oder eine jüdische Bank oder eine jüdische Familie. Also ich warne davor, dieses Phänomen des Antisemitismus mit anderen Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit einfach gleichzusetzen. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit muss man insgesamt angehen, als politische Strategie, das ist schon richtig, aber gerade wenn man den Nationalsozialismus anschaut oder die deutsche Geschichte, der Antisemitismus war immer ein Treiber und man kann ein Drittes Reich ohne Homophobie denken, man kann ein Drittes Reich auch ohne bestimmte Rassismen denken, man kann das Dritte Reich nicht ohne Antisemitismus denken. Das war, was den Laden ideologisch zusammengehalten hat und was ihn dann zu weiteren Ausmerzungsstrategien gegen andere Gruppen getrieben hat, aber die konnte man immer taktisch tun oder lassen, das war nicht für die Identität und für die Motivation prägend. Und das muss man schon so zur Kenntnis nehmen und darf man nicht einfach alles gleichsetzen. Entschuldigung nochmal, ich setze das auch nicht gleich, keineswegs. Aber die Sache ist, man muss eben die Verbindung trotzdem sehen. Also das Fremdmachen, das ist ein ganz wichtiger Begriff hier. Ich meine, das ist völlig klar. Islamophobie ist nicht Antisemitismus. Aber man muss sehen, welche Gruppen adoptieren diese Gefühle, diese Einstellungen und so weiter und darüber muss man eben gehen und ihn hier separieren. Ich würde an dieser Definitionsfrage doch nochmal gerne ein bisschen weiterfragen. Frau Wetzel, der Bericht hat sich ja auf eine bestimmte Definition des Antisemitismus auch, hat die als Grundlage genommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Können Sie dazu vielleicht nochmal was sagen? Ja, wir haben lange darüber diskutiert, weil man natürlich auch einfach sagen kann, Antisemitismus ist Judenfeindschaft. Muss man das immer großartig definieren. Und dass diese Definitionsfrage oft von denen kommt, die eigentlich sich selbst davon lossprechen wollen, Antisemiten zu sein, weil sie dann sagen, na, definieren Sie doch erstmal. Also wir haben da lange darüber diskutiert. Wir haben auch lange über die sogenannte Working Definition, also die Arbeitsdefinition, die 2005 von der Fundamental Rights Agent, damals noch EOMC und vor allen Dingen von ODIER, der Menschenrechtsabteilung der OSZE, ja, kreiert worden ist und immer von einigen Ländern bereits angenommen wurde, vor allen Dingen zum Beispiel in Großbritannien, wurde die Polizei schon lange darauf mit dieser Definition geschult. Wir haben uns dann dazu entschieden, eine wissenschaftlich ausführlichere Definition zu bieten, aber dabei gleichzeitig auf die Working Definition Bezug genommen. Insofern, dass wir gesagt haben, für die praktische Arbeit ist die Working Definition eine gute Grundlage und wichtig und dass unsere Behörden, die Polizei diese Working Definition, die man noch nicht zur Kenntnis nimmt, ist halt so, vielleicht passiert es irgendwann dann auch mal, dass in Deutschland der Bundestag, so wie das Parlament in Großbritannien, die Definition als die richtige annimmt. Immerhin haben 31 Mitgliedstaaten der International Holocaust Remembrance Alliance diese Definition im letzten Jahr als ihre angenommen, mit größeren Widerständen. Man hat auch noch versucht, das in der OSZE durchzusetzen. Da hat sich damals noch Bundesaußenminister Steinmeier sehr dafür eingesetzt, jetzt im Dezember in Hamburg bei dem Ministerratstreffen. Allerdings haben alle, ich glaube, es sind 56 Mitgliedsländer der OSZE, 55 zugestimmt und Russland nicht. Und deshalb ist es gekippt, weil es ein Konsensgremium ist. Also diese Working Definition, glaube ich, ist eben sehr gut für den praktischen Gebrauch. Und eine wissenschaftliche Definition ist ja dann auch viel ausführlicher. Er hat versucht, auch die Komplexität des Themas aufzufangen, aber ist ja eigentlich für die praktische Arbeit dann auch nicht so hilfreich. Ich will noch mal auf einen anderen Komplex eingehen, der hat auch mit dieser Definitionsfrage zu tun. Und zwar haben Sie ein ganzes Kapitel über den israelbezogenen Antisemitismus in der Studie drin. Ich erinnere mich, als ich diesen Elternbrief, aus dem Zwischenfall in Friedenau, haben die Eltern ja an der Schule einen Brief geschrieben. Sie haben sich an die Öffentlichkeit gewandt. Da gibt es verschiedene Kritikpunkte, auf die will ich jetzt nicht eingehen. Aber ein Kritikpunkt hat mich fast, muss ich sagen, fassungslos gemacht, nämlich das Argument, dass man doch verstehen müsste, es gibt viele arabische Schüler an der Schule und auch der Nahostkonflikt sei in Berlin gegenwärtig. Ich frage mich, und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die das fragt, weil es einen Nahostkonflikt gibt und eine israelische Besatzungspolitik, über die man dezidierte Meinungen haben kann, erlaubt das Juden in Deutschland zu quälen? Es erlaubt erst mal gar niemanden zu quälen, aber sozusagen diesen Lapsus, den sich diese Eltern in dem Brief geleistet haben, leisten sich nicht nur diese Eltern, sondern es machen auch deutsche Gerichte. Es gibt ein Gerichtsurteil des Amtsgerichts Wuppertal, das ist leider, obwohl es angegriffen wurde von der Staatsanwaltschaft, aber rechtlich falsch gemacht wurde. Jetzt hat rechtlichen Bestand, wo man gesagt hat, wenn zwei Palästinenser eine Synagoge in Wuppertal beschmieren und einen Brandanschlag machen, dann ist das nicht antisemitisch, sondern es politisch motiviert aus dem Nahostkonflikt, weil die Täter selber aus der Region kommen und dem Gericht ist nicht aufgefallen, dass es sich nicht um einen Anschlag auf eine israelische Einrichtung, nicht auf die Botschaft, nicht um das Konsulat handelt, sondern eine religiöse Einrichtung von Juden in Deutschland, von deren Nationalitäten und Pässen die Täter nichts wissen konnten. Und das ist total gängig, diese Identifikation, und es kommt halt, also wenn es selbst bei Gerichten vorkommt und nicht erkannt wird, und die Obergerichte haben auch nicht, was sie gut gemacht hätten können, ohne das Urteil aufzuheben, in einem Orbiter-Diktum zumindest sagen, es ist uns aufgefallen, dass das Untergericht, was wir nicht mehr korrigieren können aus verfahrensrechtlichen Gründen, eine falsche Definition vornimmt und es kann nicht sein, dass man so etwas als nicht antisemitisch einstuft. Und ich glaube, das ist etwas, woran wir unheimlich viel, gerade auch als Politik und nicht nur die ganzen Präventionsprojekte, im Diskurs daran arbeiten müssen, dass wir erstmal klar machen, dass ein Jude in Deutschland nichts mit Israel zu tun hat. Das ist zwar so banal, in diesem Raum ist es für niemanden wahrscheinlich eine erstaunliche Erkenntnis, da draußen ist es keine erstaunliche Erkenntnis. Und, dass man auch, wenn man über Israel redet, eben das genauso wenig wie Deutschland, ein homogenes Land mit einer homogenen Bevölkerung, die alle eine politische Meinung haben, auch differenzieren muss und auch nicht ein Israeli für etwas verantwortlich machen kann, schlagen soll man sowieso niemanden oder angreifen, aber auch argumentativ nicht angreifen kann, für das, was Herr Netanjahu macht oder was Herr Bennett macht, ohne zu wissen, was dieser Israeli denn gewählt hat und ob er tatsächlich deren Parteigänger ist. Also diese Homogenisierung, die wir im Diskurs auch über Israel haben, mit dem Wort Israelkritik, ist auch ein Problem. Das hat jetzt mit den Juden in Deutschland nicht unmittelbar zu tun, ist aber auch antisraelischer Antisemitismus, weil es das alles in eins setzt und hier nicht zur Differenzierung bereit ist. Und darüber muss man reden. Und wenn ich noch einen Satz sagen darf, wir haben heute einen Tag, wo meines Erachtens Herr Netanjahu politisch einen ziemlichen Fehler gemacht hat. Und ich finde, es kann nicht sein, dass man auch mit NGOs nicht reden darf als deutscher Außenminister, die vielleicht sehr kritisch zur Regierung sind, die meines Erachtens zu Recht die Besatzung kritisieren, die auch vieles herausfinden, aber vielleicht auch manche Sachen unfair oder problematisch machen und die man nicht teilt. Aber der Zungenschlag der Presseberichterstattung, die jetzt auf diesen Eklat folgt, der gibt mir auch zu denken. Ich habe eine Pressemitteilung geschrieben, wo ich gesagt habe, es darf nicht sein, dass die israelische Regierung deutschen Politikern treffen. Und es darf aber auch nicht sein, dass Leute hier sagen, man dürfe in Israel mit bestimmten Politikern nicht reden. Alle Agenturen unisono haben den einen Teil weggelassen und nur die Kritik gebracht. Und so ist die Berichterstattung über Israel in ganz häufigen Fällen. Wir kriegen richtige Kritikpunkte transportiert, wir kriegen Kontexte des Konfliktes und der Auseinandersetzung nicht transportiert. Und das kommt natürlich bei unseren Richtern, bei unseren Lehrern, bei unseren Eltern und in unseren Schulklassen auch überall als Diskurslage an. Soll ich jetzt noch was zu Israel bezogenem Antisemitismus sagen? Ja, also das war uns eben wichtig, dass es eben Grauzonen gibt und dass es immer darauf ankommt, was, wer, wann, in welchem Zusammenhang, mit welchem Hintergrund, mit welcher Absicht sagt. Und auch nochmal darauf hinzuweisen, dass dieser Begriff Israel-Kritik, Sie hatten es ja gerade auch genannt, eben schon in sich ein Problem ist, weil es kein anderes Land gibt, was in dieser Kombination thematisiert wird. Also niemand sagt eigentlich Amerika-Kritik oder, weiß ich was, Russland-Kritik. Aber Israel-Kritik ist sozusagen das, was legitim ist und das darf man machen. Man darf natürlich die israelische Regierung kritisieren, jetzt Netanjahu kritisieren, dass er Herrn Gabriel nicht empfängt und so weiter. Aber der Punkt ist ja, es wird dann eben eine Grenze überschritten, wenn antisemitische Stereotype, wenn Juden kollektiv, Juden und nicht Israelis, aber auch die Israelis, natürlich nicht kollektiv verantwortlich gemacht werden können für die Politik. Aber wenn Juden hier in Deutschland in Haftung genommen werden für das, was in Israel passiert, wenn diese doppelten Standards eben eine Rolle spielen und wenn auch natürlich solche Kombinationen mit dem sekundären Antisemitismus vorkommen, also zu sagen, die Israelis haben ja die deutsche Regierung in der Hand, die reagiert ja so weit wegen des Holocaust. Also die deutsche Regierung würde ja das Existenzrecht Israels oder die Israels Existenzrecht als Staatsräson nur deshalb machen, weil der Holocaust stattgefunden habe und so weiter. Also diese Kombination, aber man kann jetzt auch, wenn so ein Jugendlicher oder ein Kind sowas sagt, um dann gleich zu sagen, das ist jetzt ein Antisemit, ist natürlich Unsinn. Also man muss eben doch sehen, wie die Kontexte sind. Wer sagt was und wieso sagt er das? Und die Absicht dahinter. Und das haben wir sozusagen als Grauzonen definiert, dass man eben häufig nicht genau sagen kann, ist es nun wirklich antisemitisch, ohne nicht den ganzen Hintergrund zu kennen, den man aber oft ja nicht kennen kann. Darf ich einen Nachtrag machen? Der Begriff der Grauzone, da waren wir uns nicht immer einig und wir haben heftig diskutiert, Christina lacht. Und ich habe auch keine andere Lösung oder keine bessere, kein besseres Angebot. Ich merke nur, dass wir in dieser Rhetorik auch selber, in diese Rhetorik selber kommen. Ich habe jetzt mir aufgeschrieben, Menschen werden hier angegriffen oder attackiert oder angesprochen, angepöbelt, obwohl sie keine Israelis sind. Jetzt, ich komme aus Israel und habe einen israelischen Pass. Das heißt, wenn man mich anpöbelt, also ich provoziere natürlich, das hat ja auch nicht mit Ihrer Aussage zu tun, sondern mit der Realität. Wenn man mich provoziert oder anpöbelt, ist es in Ordnung, weil irgendwas habe ich dann doch mit der israelischen Politik zu tun. Also nach dieser Logik der Klärungsversuche, Kontext, Absicht und so weiter. Weil ich würde gerne einfach nur verkomplizieren. Es ist fast nie möglich, die Absicht zu erfragen. Wir wissen auch nicht, was wirklich in den Köpfen der Menschen vor sich geht, was sie wirklich denken. Und Menschen selber wissen es oft nicht, was sie denken. und es ist natürlich auch überlagert durch Emotionen, Effekte und irgendwo ist Israel eine Projektionsfläche, Punkt. Es ist eine Projektionsfläche für ganz viele Fantasien, für viele Entlastungswünsche, für viele andere Bedürfnisse, die im Kontext des Nationalsozialismus, der Nachwirkung von Nationalsozialismus stehen. und die Kritik an sich soll und muss gar nicht antisemitisch sein. Ich meine, ich übe Kritik an Russland sehr oft, weil es mich nervt, was da passiert. Aber ich bin noch nie dazu gekommen, Menschen, die Russisch sprechen, irgendwie ganz anders oder feindlich zu empfinden. Aber ich merke, dass ich selbst mich dabei ertappe, dass ich bezogen auf Israel-Kritik oder sogenannte Israel-Kritik doch irgendwie mitdenke. Und immer wieder dieses Argument mitbringe, ach, die Menschen, die hier leben, haben ja mit Israel nichts zu tun. Das heißt, ich bestätige eigentlich die Logik, okay, Israel ist auch schlimm, dass man eigentlich dieses Verhalten dadurch auch erklären kann. Also für mich ist Israel-bezogener Antisemitismus immer irgendwie Antisemitismus, irgendwie, weil sonst spreche ich von Kritik, von irgendeiner Kritik, sonst spreche ich einfach von, genau, es ist ein Ventil. Ist auch diese Art der Zuschreibung, also was Sie, was Sie auch geschildert haben, auch ein Teil, eine Kategorie dieses Fremdmachens, dass man auch deutsche Juden automatisch für Israel mitverantwortlich macht? Ich glaube überhaupt. Im Umgang mit, also in der Versuch, der Versuch zu klären, was es bedeutet, diskriminiert zu werden und was es bedeutet, auch zu diskriminieren, wenn es um Minderheiten geht, können Menschen nicht einer gruppenbezogenen Diskriminierung systematisch unterworfen werden, wenn sie nicht fremdgemacht wurden vorher. Weil das tun wir unserer Familie nicht an, also zumindest im Idealfall, das tun wir unseren Freunden nicht an, sondern diejenigen, die wir diskriminieren, diskriminieren möchten, diskriminieren müssen, bewusst, unbewusst, gezählt oder ungezählt, völlig egal, sie müssen außerhalb unseres Kollektivs oder unserer Gruppe irgendwie gewesen sein. Oder sie platzieren sich, sie werden platziert außerhalb der eigenen Mitte. Sonst ist es peinlich, sonst können wir das schlecht ertragen. Und die Sozialpsychologie erklärt das wunderbar, durch verschiedene Theorien, der Gruppenparadigmen und so weiter, warum bestimmte Menschen wie markiert werden und wo platzieren sie sich oder wo werden sie platziert. Das heißt, das Fremdmachen ist ein das ist ein Mechanismus. Jetzt, in diesem Kontext spannt mich die Frage, was sind die Rahmenbedingungen oder die Faktoren, die es immer noch ermöglichen, Juden als eine Fremdgruppe zu konstruieren. Weil Juden sind hier in der Konstruktion eine Fremdgruppe. Sonst kann ich mir nicht erklären, warum Juden so häufig gefragt werden, wenn man weiß, okay, sind die ein Jude? Aber nicht nur Juden, es geht ja viel in anderen Minderheiten auch so. Wie ist das Wetter in deiner Heimat? Oder sie sprechen aber gut Deutsch. Na gut, für mich gilt das. Ich bin hier nicht aufgewachsen, aber für Menschen, die hier aufgewachsen sind, die Deutsche sind, ist das schon eine Beleidigung. Wenn sie in ihrem Alltag mein Brötchen kaufen, immer wieder gefragt werden, sagen sie, wo kommen sie eigentlich her? Wieso fragen sie mich? Weil sie Locken haben. Also ich glaube, dieses Fremdmachen muss ja gar nicht dramatisch sein oder groß. es kommt durch subtile Unterstellungen, nicht dazuzugehören. Und es ist im Antisemitismus genauso präsent oder vorhanden wie im Rassismus. Wenn eine Frau mit entsprechendem Aussehen gefragt wird, sagen sie, wo kommt sie denn her? Aus Deutschland, aber ihre Eltern, auch aus Deutschland, ihre Großeltern. Was will man da klären? Was ist das her für ein Bedürfnis? Was steht dahinter? Eine Rassentheorie. Das ist natürlich den meisten nicht bewusst. Warum kann eine deutsche Frau nicht, wenn sie schwarz ist, nicht deutsch sein? Warum muss sie mit solchen Fragen konfrontiert werden? Das ist im jüdischen Kontext genauso. Und das ist auch in der Studie abgebildet. Die Mehrheit, die überwiegende Mehrheit gibt an, durch solche Fragen belästigt zu werden. Und zwar ständig, das ist alltagsprägend, das ist Ihr Begriff von gestern, Herr Beck, und alltagsrelevant und eigentlich im Fokus dieser Befragung. Die tiefen Interviews geben einen Abschluss darüber, was es bedeutet. Vor allem, da muss man nicht zu Gewalt kommen, vor allem dadurch sozusagen verandert zu werden, fremd gemacht werden. Ist dadurch, dass man jetzt anders drüber spricht, haben wir eine Änderung in der deutschen, das ist meine Frage an Podemann, eine langsame Normalisierung im Umgang mit unserer jüdischen Minderheit? Oder wie ist das nach wie vor ein Tabu mit Juden, über Juden zu sprechen in Deutschland? Ich glaube, es ist eine ganz ungewöhnliche Situation im Vergleich zu allen anderen Ländern, die ich kenne, wo Juden völlig eine ganz zentrale gesellschaftliche kulturelle Bedeutung haben. Das fängt ja schon ganz von Anfang an, ich denke, das muss ich jetzt reinwerfen hier, weil gerade von was du gesprochen hast, so über das kam mir das in den Kopf. Eine meiner vielen Töchter, ging auf die jüdische Kunstschule in der Bleibdorfstraße damals und da gab es dann den Schulhof, der gemeinschaftlich geführt wurde von den jüdischen Kindern und den christlichen Kindern, wie es so hieß. und wenn sie sich auf dem Schulhof getroffen haben, haben die einen gerufen, scheiß Juden und die anderen haben gerufen, scheiß Christen. Aber es war im Grunde auch eine Art und Weise, um sich, das würde ich noch sagen, um sich gegenseitig kennenzulernen. Das ist ja auch was. Das geht dann negativ, in der negativen Art und Weise, indem man sich dann vielleicht das Fremde aneignet wiederum und die Verbindung schafft, die einfach eine Brücke schafft, die anderweitig nicht möglich wäre, weil man sich sonst überhaupt nicht aufeinander beziehen kann. Ja, ich würde, was ich schon vorbereitet gesagt hatte im Podium, wenn jetzt von hier keine dringenden Statements mehr kommen oder Bemerkungen kommen, würde ich, glaube ich, jetzt gerne ins Publikum öffnen. Wir haben ein Saalmikrofon und ich würde Sie bitten, das auch zu benutzen, weil, wie gesagt, die Veranstaltung ja erstens aufgezeichnet wird und zweitens übertragen wird. Haben Sie eigentlich feststellen können, ich habe das in der Zeitung gelesen, dass der Antisemitismus in den neuen Bundesländern stärker geworden ist als in den alten Bundesländern. Also in den neuen Bundesländern meine ich die ehemalige DDR, dass das früher sehr geschürt wurde, der Antisemitismus. Können Sie das bestätigen? Ich habe das in der Zeitung mal breit gelesen. Wann haben Sie das in der Zeitung gelesen? Das ist sicherlich schon einige Jahre her. Ja, es ist ein paar Jahre her, aber es war sehr akut. Aber das hat sich inzwischen angeglichen. Es gibt kaum noch einen Unterschied bei den Einstellungsbefragungen zwischen Ost und West. Also es hat mal diesen Unterschied gegeben, es hat aber auch daran gelegen, dass die Fragen nicht adäquat gestellt worden sind in Bezug auf eben Israel-bezogenen Antisemitismus, der ja in der DDR wie im gesamten Ostblock eine wesentliche Rolle spielte, also der Antizionismus und dass eben immer dann das leicht höher lag in der DDR als im Westen. Inzwischen ist es aber völlig gleich. Insofern haben sich West und Ost da auch angenähert. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ja, ich habe eine Frage und zwar vor dem Hintergrund auch, dass ich immer gerne wissen möchte, was sind Erklärungsmuster für Phänomene, damit man dann pädagogische Antworten finden kann. Und mir ist doch nachgegangen, diese kleine Diskussion um die Frage, warum dies der erste Bericht ist, wo die jüdische Perspektive oder Erfahrungswerte aufgenommen wurden. Wir haben das ja im ersten Bericht probiert. Warum das da nicht geklappt hat, ist ein anderes Thema. Aber ich habe mich gefragt, ob die Analyse, die hier kam, ob die wirklich so zutrifft. Weil, wenn ich es jetzt in Korrelation setze zum Umgang mit dem Nationalsozialismus, haben wir ja eigentlich ein ganz anderes Phänomen, dass nämlich es total schwierig war, die Frage der Täter zu benennen, weil eine permanente Opferidentifikation war und man die Frage der Täter- und Tatkomplexe nicht anfassen wollte. Und wenn ich das wieder als Korrektiv sehe, frage ich mich, und da würden mich Ihre Allermeinungen interessieren, ob es nicht sein kann, dass die Tatsache, warum Antisemitismus immer eher auf die Frage, wer sind denn die Antisemiten, fokussiert war, weil, wenn ich es richtig erinnere, die Studien, die gemacht worden sind, genau von den Leuten gemacht wurden, die entweder selber Überlebende waren oder die wissen wollten, wie sich denn das im Nachkriegsdeutschland entwickelt mit dem Antisemitismus. Und dass also die Tatsache, dass man jüdische Erfahrungswerte nicht wahrgenommen hat, eher damit bedingt ist, dass diese Gesellschaft, wie Astrid Messerschmidt ganz richtig formuliert, sich ja selbst bis heute als total homogen weiß definiert und überhaupt nicht wahrnimmt, dass sie andere Minderheiten inzwischen hat. Also ob man für diese Frage nicht andere Erklärungsmuster haben muss als diese Zentrierung nur auf das eigene Ich, weil das will man ja eigentlich. Eigentlich will man sich ja genau damit nicht auseinandersetzen. Also das würde mich noch interessieren. Ich wollte nur sehr gerne auf deine Frage eingehen, weil wir ganz sicher nicht alle Analysen hier präsentieren können oder alle Gedanken, die uns durch den Kopf gegangen sind. Aber einen Rückgriff auf die Rassismusforschung kann ich mir hier erlauben. Es gab tatsächlich auch dazu kaum Studien und kaum Expertisen, weil wie Messerschmidt es auch sehr treffend formuliert, die deutsche Gesellschaft A sich mit sich auseinandergesetzt hat, in welcher Form auch immer. Aber es gab eine starke Zentrierung auf sich selbst und auf eigene Befindlichkeiten im Umgang damit. Das betrifft die Wissenschaft ja auch. Das sind ja auch Menschen, die in der Wissenschaft an ihrer Prägung ausleben. Und ja, homogen, deutsch-weiß sozusagen und dann aber dennoch demokratisch und eine Gesellschaft, die den Holocaust überwindet oder Nationalsozialismus überwindet und noch vieles andere, die sich doch auf die täterfokussierte Forschung stürzt, irgendwann 80er Jahre. und nicht auf die Fokussierung bezogen auf die betroffenen Gruppen oder Minderheiten. Es ist alles im Werden und alles im Prozess, aber da sind ganz viele verschiedene Baustellen, die zu benennen sind. Im Kontext der Auseinandersetzung mit jüdischen Erfahrungsräumen könnte noch ein Beispiel oder ein Grund dafür herangezogen werden oder eine Erklärung, dass es vielleicht doch schwierig sein kann. Also vielleicht sind das Erfahrungsräume, die man gar nicht haben möchte. Also sozusagen, das ist etwas, was auch vielleicht verdrängt wird, zusammen mit anderen Anteilen, die verdrängt werden. Nicht gewollt. weil die meisten Studien, auf die wir uns bezogen haben, außer Fra, über diese Studie hinaus, waren Studien, die von der jüdischen Community ausgegangen sind. und nicht Studien, die in diesem Kontext hier in Deutschland entstanden sind. Und auch in Großbritannien Studien, auf die wir uns beziehen konnten, die waren auch, sozusagen, entwickelt worden bei jüdischen Institutionen. Also ich glaube, Großbritannien ist da auch ein besonderes Beispiel, weil der CST, die Community Security Trust, ja schon seit Jahrzehnten auch eng mit der Regierung, mit der Polizei zusammenarbeitet und an sich das Sicherheitskonzept der jüdischen Gemeinden ursprünglich mal erarbeitet hat, aber inzwischen eben die Umfragen, die das Monitoring macht, übrigens auch auf der Basis von der Working Definition. Also ich glaube, das ist ein bisschen anders wie hier. Und die Fra-Studie ist ja auch etwas gewesen, die tatsächlich eine Studie, die erste Studie gewesen, die tatsächlich, und das hattest du eben, weil du vorhin sagtest, die einzige Studie, Fra war ja mit 2013 schon, oder 2012, die erste, die überhaupt die Perspektive der Betroffenen auch mal abgefragt hat und in mehreren Ländern sicherlich auch nicht besonders gut durchgeführt und so weiter, aber immerhin, sie hat das gemacht. und du, Elke, hattest wahrscheinlich die ersten Umfragen von Alfon Silbermann, denn das sind ja die zentralen Umfragen, auf denen sich dann auch die zum Beispiel der Kollegen Bergmann und Erbner gestützt haben und dann auch weitere Umfragen, bis dann die Bielefelder, und das wollte ich noch mal sagen, weil vorhin so die Frage war, es kommt immer darauf an, welche Fragen man stellt, aber das Wichtige ist eben auch, dass zum Beispiel diese Bielefelder-Studie der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, die auch Antisemitismus abgefragt hat, über zehn Jahre regelmäßig abgefragt hat. Da kann man also im Grunde genommen Tendenzen sehen, man muss das nicht immer eins zu eins nehmen, aber diese Tendenz, die dort klar wurde, ist die wichtige Erkenntnis aus diesen Bielefelder-Studien, dass man eben wirklich mal über einen langeren Zeitraum beobachten kann und sie haben ja auch teilweise 300 Leute immer wieder befragt, dieselben, also nicht nur die repräsentative Umfrage gemacht, sondern auch noch eine Gruppe immer wieder befragt, um zu sehen, hat sich da was verändert. Und ich glaube, das ist das Zentrale, was dann bei diesen Studien wichtig ist und nicht unbedingt immer jedes einzelne Ergebnis. Hallo. Das ist hier drüben. Ich habe eine relativ laienhafte Bemerkung vielleicht zu machen und eine Frage zu stellen. Als Jüdin, die in Deutschland aufgewachsen ist, sehr, sehr wenig mit Judentum überhaupt zu tun hat, finde ich, dass wir eine Sache vielleicht noch bemerken sollten und zwar, dass das Judentum im Zusammenhang gerade mit Antisemitismus für viele Menschen in Deutschland gerade eine unglaubliche Überforderung darstellt, wenn man alleine schon die Frage diskutieren muss, was ist überhaupt ein Jude? Für viele Menschen ist es eindeutig eine Religionszugehörigkeit, für andere ist es eine Ethnie. Es ist in Deutschland total schwer, überhaupt darüber zu sprechen, finde ich. Was ist ein Jude? Ich habe Unterhaltungen in Taxis darüber, über dieses Thema. Bitte? Das sind die allerbesten, absolut. Und es sind auch die aufschlussreichsten, wie ich finde. Und die Frage, die ich mir stelle, wenn ich Ihnen so zuhöre, ich bin heute hier, um etwas zu lernen, weil ich sehr wenig über Ihre Studie natürlich noch weiß. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, muss das Ziel eigentlich aller Bemühungen in der Richtung, muss das Ziel nicht sein, dass es völlig egal ist, ob es hier jetzt um Juden geht oder nicht? Also, dass die, was Sie auch vorhin sagten, diese ganzen Mechanismen, die im Rassismus so ähnlich sind, wie im Antisemitismus, also, was man alles so findet, an Notwendigkeiten, irgendeine Identität herzustellen, die mir eine Möglichkeit gibt, Komplexität zu reduzieren. Und sind nicht gerade Juden als Bevölkerungsgruppe so ein gutes Ziel, sage ich mal, weil sie die Komplexität in ihrer ganzen Wesenheit sozusagen schon stellen und in Deutschland so lange kein sichtbares Leben gelebt haben, dass man überhaupt die Frage wirklich guten Gewissens stellen darf. Ich bin durch den ganzen deutschen Schulweg gegangen. Ich habe hier im jüdischen Museum angefangen, als ich da angefangen habe zu arbeiten, habe ich überhaupt was darüber gelernt, was jüdisches Leben bedeutet. Da war ich 25. So, also es ist nicht wirklich einfach zugänglich für die Menschen und ich habe eine wirklich gute Ausgangsposition gehabt, muss man sagen, aber ich weiß, wie die Leute um mich rum, die Leute wissen sehr wenig darüber. Was ist jüdisches Leben eigentlich? Was ist ein Jude? Und da ist Antisemitismus doch eigentlich, also es ist doch prädestiniert, oder? Sehe ich das total naiv. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das verkomplizieren, weil Sie das auf den Punkt bringen. Es ist total komplex und verkrampft und es war auch die Frage an Sie vorher gerichtet, ist der Umgang irgendwie ein anderer? Wenn in Kanada auf dem Schulhof sozusagen, hey, scheiß Jude und scheiß Christ und er. Ah, das war in Berlin? Okay, ich habe das falsch verstanden. Ah ja, okay. Aber ich habe mir sozusagen so einen Schulhof imaginiert in Kanada, wo sozusagen zwei Jugendliche sich so beschimpfen und eigentlich ohne Probleme trotzdem auseinander gehen und dann sagen, gut, ja, wir haben uns kennengelernt. Habe ich mir irgendwie das so imaginiert und in Berlin habe ich das eigentlich so nicht erlebt. Aber soll ich mir diese Identität zu legen? Also soll es um Juden gehen? Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch kein Antisemitismus erlebt. Entschuldigung, da war ich ein bisschen impulsiv. Ich wollte nur sagen, ich persönlich habe in meinem Leben mir gegenüber noch nie Antisemitismus erlebt. Also ist mir noch nicht passiert und ich bin aufgewachsen in diesem Land. Also tatsächlich kann man durch die Institutionen gehen und hier aufwachsen, ohne Antisemitismus erlebt zu haben. Weil natürlich kommt es auch darauf an, wie definiere ich Antisemitismus? Auch für mich? Was ist das? Auch für mich? Also ja, es gibt keine einfache Antwort darauf. Und sie ist auch sehr individuell. Kann, muss nicht sein. Kann individuell sein. Ich würde das vielleicht als eine gewisse Voreingenommenheit definieren. Es muss ja nicht gleich dramatisch sein. Aber alleine die Tatsache, dass es so wenig Wissen gibt und so wenig Berührungspunkte gibt, weist darauf hin, dass es einen spezifischen Umgang oder Kontext, einen besonderen Kontext gibt. Dass dieses Thema irgendwie doch gerne auf Distanz gehalten wird. Ich weiß nicht, ob das Antisemitismus ist. Und das wissen viele Befragte in der Studie nicht, ob das Antisemitismus ist. Und ich weiß auch nicht, ob das immer auf den Kontext ankommt oder die Absicht, weil für mich ist das ganz häufig, kommt das häufig darauf an, welche Wirkung entfaltet eine oder andere Aussage, ein oder anderes Verhalten. Und nicht nur, was war die Motivation oder die Absicht von Müllermann oder was war die Absicht, auch wenn da, gut, da war das klar, aber so von Taxifahrer, der gerade vor einigen Wochen erzählt, dass die Wetterprobleme mit Juden zu tun haben auf der Fahrt nach Buchenwald. Oder ähnliche Aussagen, die Taxifahrer völlig. Ich weiß nicht, ob das Antisemitismus ist. Ich würde das so nicht betiteln, aber es schafft, es spiegelt diesen besonderen Kontext wieder und diese Verkramptheit und die Problematik. Und ob ich mir das immer anhören will, weiß ich nicht. auch wenn es nicht Antisemitismus ist, aber das ist fremdmachend und ausgrenzend und unangenehm. Also ich wollte nur eine Bemerkung sozusagen, es gibt glaube ich viele Menschen in unserem Land, die über viele Religionen überhaupt nichts wissen. Das ist auch nicht schlimm und es gibt deshalb in Deutschland zumindest, anders ist es im Iran, keine Ausschreitungen gegen die Bahá'í oder gegen die Siks über zum Beispiel zwei Religionen, über die wahrscheinlich nur eine ganz kleine Gruppe ein bisschen Ahnung hat, die meisten wissen gar nichts und ganz wenige wissen adäquat etwas. Trotzdem gibt es, wenn das fällt und jemand kommt in den Raum und sagt, ich bin ein Sikh, ich bin ein Bahá'í, dann läuft kein Film bei den anderen ab und sie verbinden damit einfach erstmal keine Vorstellung, sondern nur ein Fragezeichen. Und das ist bei Juden und bei dem Thema Antisemitismus einfach oft anderes. natürlich weiß ich über eine Person nichts, wenn sie mir sagt, dass sie aus einer jüdischen Familie ist, ich weiß nicht, ob sie religiös ist, ich kenne ihre Familiengeschichte nicht, ich kenne ihre Eigenarten nicht. Trotzdem meinen viele etwas über die Person zu wissen über diese eine Information. Und da beginnt eine seltsame Struktur, ab wann man die antisemitisch bezeichnen will, darüber kann man sich ja wissenschaftlich reiflich streiten. Aber ich glaube, das ist das Besondere, dass man zumindest mal als zu bearbeiten wahrnehmen muss. Nochmal zu der Frage mit das Verhalten der jüdischen Gemeinschaft oder jüdischer Institution der ganzen Geschichte. Und ich glaube, also eine Sache, die man nicht ignorieren darf, ist die Größe, die Masse der jüdischen Bevölkerung in einer Gesellschaft. Also hier ist ja im Grunde eine winzige Prozentzahl, im Gegensatz zum Beispiel nun wieder gerade Kanada, wo das große Population ist. Das natürlich ein völlig anderes Verhältnis bringt zu Fragen von Antisemitismus einerseits oder auch zum Beispiel zu Gedenkgeschichten. Das Gedenken hier hat ja wie gesagt eine merkwürdige Funktion. Ich kann nur ein Beispiel sagen in Toronto, da wurde vor 30 Jahren wurde die Holocaust Education Week gegründet. Da waren fünf Veranstaltungen. Heute sind das über 150 Veranstaltungen immer um den 9. November herum mit Zehntausenden von Leuten, die da teilnehmen. Und zwar dann, es ist völlig zentriert von jüdischen Gruppen, vor allem sind es Frauenorganisationen, die diese Sache koordinieren und die dann hineinreichen in die nicht-jüdische Gemeinschaft, auf eine Art und Weise, wie das hier natürlich nicht vorstellbar wäre. Aber einfach aus dem Grund, dass eben die Zahlen anders sind. Das macht einen großen Unterschied aus. Und im Grunde sind natürlich Juden hier im Gegensatz zu Deutschland sind, in Kanada Juden, jüdische Praktiken und Traditionen und so weiter sind ja viel mehr bekannt. Meine Sekretärin würde sagen, okay, du bist ja dann nicht da, weil das Rosh Hashanah ist. Im Gegensatz zu meiner Tochter, die am jüdischen Museum gearbeitet hat und der gesagt wurde, also Naomi, du musst morgen nicht arbeiten, hier ist hier Rosh Hashanah und so weiter und ich wusste, was dann darauf reagieren sollte. Mein Name ist Monika Pugini, ich bin Mitglied der jüdischen Gemeinde hier und ich habe eine ganz kleine Frage eigentlich. Ich habe viel jetzt heute gehört und Hochinteressantes gehört, aber wie sicher ist denn nun das Leben der Juden und Jüdinnen in Deutschland? Das habe ich heute noch nicht erwartet. Ja, wer auf dem Podium würde darauf eine Antwort geben wollen? Ja, ich glaube, das ist schwer zu sagen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind ja deutlich erhöht worden vor 10, 15 Jahren, also nicht aktuell, sondern das ist ja schon eine längere Zeit. Ich weiß nicht, die Poller an der ehemaligen Hauptsynagoge in der Oranienburger Straße, Frau Trubig, wissen Sie das noch, wie lange das her ist, dass die einge... Also das war ja immer bewacht, aber diese Poller ist ja doch nochmal ein zusätzlicher Sicherheitsaspekt. Na, ich glaube, es war sogar früher schon. Aber gut, jedenfalls die Sicherheitsvorkehrungen sind getroffen, das hat aber nichts damit zu tun, wie sicher können sich Juden hier in Deutschland fühlen, das ist ja klar, denn all das, was in Friedenau passiert ist, das, was immer mal, was wir in Wuppertal gesehen haben, das war ja eher eine Schmiererei, also kein Anschlag auf Personen. Gewaltakte gibt es ungefähr in den letzten, wir haben also von den Straf- und Gewalttaten, habe ich ja vorhin noch nichts gesagt, die sind natürlich auch in dem Bericht, sind bei Gewalttaten sind es etwas 30 bis 40 jährlich, das ist das, was die Landeskriminalämter, Bundeskriminalamt dann als Zahlen, die sind jetzt gerade, kommen jetzt gerade wieder raus, jährlich zusammenfasst, Gewalttaten, darunter fallen auch Friedhofsschändungen, wenn sie gewalttätig sind, also das heißt nicht nur Schmierereien, sondern etwa Steine umgeworfen werden. An Straftaten sind es etwa, sagen wir mal, zwischen 1300 und 1600 in den letzten Jahren, in den letzten 20 Jahren oder 15, 20 Jahren und da ist der 90 Prozent des Hintergrunds rechtsextrem, also auch das nochmal ein wichtiger Hinweis auf die Zuschreibungen, die immer wieder passieren, aber wie sicher ist das Leben? Ich kann es nicht beantworten und ich glaube, das kann keiner von uns und war auch jetzt nicht Thema im Expertenkreis im Sinne von Sicherheit, ja, ja, im Sinne von Sicherheit, aber sowas wie es eben in Großbritannien gibt, der CST, die Community Security Trust, die genau für die Sicherheit der Gemeinden auch sorgt, in Zusammenarbeit mit der Polizei und den Behörden gibt es eben hier nicht und ich glaube, es gibt auch immer wieder Streitigkeiten darüber, wie viel Geld den jüdischen Gemeinden zur Verfügung gestellt wird, damit sie die Sicherheit gewährleisten können, aber ich weiß nicht, ob du dazu mehr sagen kannst über die Viktimisierungsrate nach Selbstangabe steht was drin mit 3% innerhalb der letzten zwölf Monate und 8% bei den Familienangehörigen. Sie meinen Viktimisierungsrate, Sie meinen dann tatsächlich körperliche Angriffe, wobei wir nicht wissen, was das für Angriffe waren, also nicht alle haben dann das offene Feld ausgefüllt, wir wissen nicht, waren das Steine werfen oder waren das andere Angriffe, aber tatsächlich sind die dort, wo es subjektive Gefühle gibt und Einschätzungen, da haben die Daten oftmals nicht zu suchen, weil es geht, oder sie sind hilfreich, aber sie helfen sozusagen einem nicht, wenn gerade ich als Mutter die Angst habe, in die Synagoge zu gehen mit meinem Kind. Ich habe keine Angst, ich habe Verunsicherungsgefühl. Ich gucke immer links und rechts und mir geht es nicht gut, dass ich das machen muss, aber ich merke, so geht es vielen Eltern, so geht es vielen Menschen, aber es gehört sich nicht darüber zu sprechen. Ich bin ja irgendwo ein Teil der Community und kann bestimmte Muster auch fortsetzen oder nachvollziehen, die in dieser Studie zum Tragen kommen. Es ist ein Gefühl, das sich aber nicht nur auf Deutschland bezieht, sondern es bezieht sich jetzt im Allgemeinen auf jüdische Orte, auch wenn ich im Krankreich bin, geht es mir genauso sogar fast stärker, die Verunsicherung. Weil wir einfach wissen, dass jüdische Orte einfach zum Ziel der Angriffe und der Terrorattacken geworden sind. Ein Fall, weiß ich nicht, in Toulouse, glaube ich, in der jüdischen Schule. Also das ist sehr tief verankert und das wirkt weiter und das ist nicht deutschlandspezifisch, aber nun mal leben wir hier. Also zumindest in der Studie kommt es schon sehr klar zum Tragen, dass das Sicherheitsgefühl der meisten Befragten sehr darunter leidet, dass es auf das, es gab ein Item zum Wollbefinden, dass auch das allgemeine Wollbefinden sehr darunter leidet. aber verstärkt und das kam auch in den qualitatives Interviews, die übrigens Prof. Dr. Julia Bernstein geführt hat und das hat sie auch wirklich meisterhaft gemacht, weil sie wirklich in die Tiefe gegangen ist und sehr viel rausholen konnte. In den Interviews, glaube ich, kam sehr deutlich zum Tragen, dass diese Verunsicherung oder die Angst und die Sorge auch darin besteht, dass Menschen sich durchweg nicht anerkannt, in ihren Ängsten und Sorgen und Perspektive nicht anerkannt fühlen, dass sie darüber nicht sprechen können und wenn sie darüber sprechen und wenn sie das kundtun, dann wird ihnen oftmals am Arbeitsplatz in der Schule auch immer vorgeworfen, sie sind zu sensibel und zu überempfindlich. Das wiederholt sich, fast in jedem Interview und zieht sich einfach durch und ich glaube, dass dieses Gefühl nicht anerkannt und nicht wahrgenommen, nicht ernst genommen, nicht wertgeschätzt zu werden, dass dieses Gefühl das Sicherheitsempfinden beeinträchtigt und verstärkt. Ich wollte noch mal auf Rias hinweisen, weil Herr Steinitz ja auch hier ist. Ich glaube, das ist noch eine wichtige Erkenntnis, die wir auch von Rias übernommen haben, nämlich, dass das Meldeverhalten eben zwar im letzten Jahr etwas gestiegen ist, aber sozusagen das Problem ist, dass viele, die angegriffen werden, die sich die Pöbeleien ausgesetzt sind, die auch im Internet, das ist ja sozusagen wirklich das Medium, wo auch Hassbotschaften verbreitet werden, dass sie sich nicht trauen, das zu melden, auch wenn es, selbst wenn es strafrechtlich relevante Übergriffe sind, weil sie Angst haben, sie werden nicht ernst genommen, sie werden von der Polizei vielleicht auch irgendwie dumm befragt oder ihr Name erscheint und das ist sozusagen der Vorteil, der jetzt bei Rias möglich ist, bei der Meldestelle hier in Berlin, die sich ja hoffentlich bald auch auf breitere Teile der Bundesrepublik ausdehnen wird, dass man dort eben melden kann und das anonym bleiben kann, wenn man das will oder Rias sogar hilft dann bei der strafrechtlichen Verfolgung und das war etwas, was lange gefehlt hat, also diese Möglichkeit zu melden bei einer NGO, also nicht bei der Polizei oder bei einer offiziellen Behörde, sondern bei einer NGO, die das dann weiter verfolgt, wenn derjenige dem zustimmt. Ich möchte noch eine Sache ergänzen zu der Frage, wie sicher ist das, weil man muss, glaube ich, bei all diesen Zahlen, auch bei dieser Viktimisierungsrate, die übrigens etwas geringer ist als bei homosexuellen Männern, aber so ungefähr gleichauf, immer mit berücksichtigen, dass da ja Vermeidungsstrategien davor gehen, also Minderheiten, die Target Group sind, sind Meister im Diskriminierungsmanagement und in Gewaltprävention. Man versucht sich halt in Situationen, die als potenziell gefährlich angesehen werden, alles zu tun, um als Target Gruppe nicht erkannt zu werden. Die gläubigen Juden, die einen Kippa tragen und darüber eine Baseball Cap, das ist eigentlich das klassische Beispiel. Man versucht, unerkennbar zu werden, um nicht Opfer von Gewalt zu werden. Deshalb sind die reinen Zahlen, sagen nichts über die objektive Sicherheit und vor allen Dingen nicht über das subjektive Gefühl, potenziell angegriffen zu sein. Und erst, wenn man das Baseball Cap abzieht, wenn man die Polizeiwagen vor den Synagogen abziehen kann, ohne dass man sich Sorgen machen muss, dass etwas passiert, und wenn meine Nachbarn ihre Kinder nicht mit dem Taxi zur jüdischen Schule transportieren lassen, erst dann weiß man, was eine Victimisierungsrate tatsächlich über die Sicherheit dieser Gruppe sagt. Und das muss man immer mit reinbeziehen. Man ist oftmals die Gefahr, und das hat man ja auch wieder bei dem Bericht gemerkt, Zahlen haben eine magische Bedeutung und jeder sucht nach Zahlen und guckt, ist es ein halbes Prozent besser oder schlechter geworden als im letzten Jahr. Solche Kontexte muss man bei der Frage als Antwort dann immer mit berücksichtigen. Ich wollte noch ganz kurz ergänzen, hier sitzt Herr Steinitz, du wolltest auch was sagen. Wir waren zusammen in einer Gemeinde, die sich als orthodox versteht, das heißt Menschen, die in diese Gemeinde gehen, kleiden sich dementsprechend und sind auf der Straße erkennbar. Und sie leben auch in einem Kitz, und in diesem Kitz leben auch viele Menschen aus unterschiedlichen anderen Ländern, auch muslimische Menschen. Wenn man dort fragt, wie viele von euch haben etwas erlebt in den letzten zwölf Monaten, da gehen die Hände hoch. Das sind Menschen, die erkennbar sind auf der Straße, aber diese Strategie macht sich auch da breit. Ach so, man kann das melden. Oder es gibt sogar Beratungsangebote wegen sowas. Weil ganz oft auch in den Befragungen kommt das Muster, wissen Sie, was meiner Großmutter ging, ist schlechter. Das, was ich heute erlebe, ist ein Grundrauschen. Diese Aussage lässt mich nicht los. Weil natürlich werden solche Erfahrungen auch tradiert. Und sie prägen die Menschen und tragen dazu bei, dass sie verschiedene Strategien entwickeln, damit umzugehen. Manchmal darf man ihnen diese Strategien auch nicht wegnehmen, weil sie dann dekompensieren können. Sie sind auch hilfreich. Ich würde an diesem Punkt jetzt einen Schnitt machen. Ich bin auch sehr dankbar nochmal für die Frage gewesen, die sich auf unseren Titel bezieht. Wir haben bewusst diesen Titel gesetzt, der natürlich auch ein bisschen provokativ sein sollte. wir haben heute Abend nicht über Folgerungen, Präventionsmaßnahmen, Empfehlungen, die die Studie auch enthält, gesprochen. Auch das haben wir nicht bewusst gemacht, sondern es war der Versuch, sich wirklich dem Problemfeld zu nähern und überhaupt mal zu definieren, über was reden wir eigentlich. Und ich hoffe, dass wir das ein bisschen vermitteln konnten. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, aber natürlich danke ich vor allen Dingen meinen Gästen hier und dem Podium für die anregende Debatte. Und ich wünsche noch einen guten Heimweg. Thank you. Vielen Dank. Vielen Dank.